Mein Name ist Andreas Altenhoff. Ich bin der David. Mein Name ist Junji. Ramon. Ich bin der Raphael. Mein Name ist Christoph Fugt. Lukas Harnel. Richard Linus. Mein Name ist Patlum. Das Interessante an einem Linebacker ist, dass er quasi der Allrounder der Defense sein muss. Er kann blitzen und in Quarterbacks sacken. Er kann in Running Back tacklen, aber er geht auch in Pass-Coverage und droppt. Also er ist so wie der Quarterback in der Defense sozusagen. Er schießt einfach jeden um, der den Ball hat. Er füllt die Highlight-Taps. Ich war ursprünglich Kampfsportler. Ich habe dann mit Freunden im Burgenland einen Verein gegründet. Also Shoutout zu den Pannon Hegels. Ja, und bin einfach stecken geblieben und die große Liebe entdeckt. Weil es der einzige Sport ist bis jetzt, der mir richtig Spaß gemacht hat. Jeder muss seinen Job machen, sonst funktioniert es nicht. Das ist, wie ein Urweg das ineinander funktionieren muss. Wenn einer versagt, versagen alle. Und ja, das macht es ein bisschen interessanter als Fußball. Unsere Off-Season hat sehr anstrengend ausgesehen. Also wir haben in Kooperation mit Rabo monatelang im Gym verbracht eigentlich. Und sind durch Hell Weeks gegangen. Ich glaube, dass wir noch nie so gut in Form waren wie diese Saison. Und jetzt gilt es, das Ganze halt auf den Platz zu bringen. Also wir haben heuer einen neuen Coach dazu bekommen und ich bin sehr zufrieden damit. Der erweitert echt den Team-Stuff. Also die Coaches haben einen super Job gemacht. Dadurch, dass auch mehr Coaches zum Training gekommen sind in dieser Saison, konnten sie sich besser jeweils auf die Spieler konzentrieren. Ich glaube, wir sind oberhalb besser aufgestellt wie in den letzten Jahren, seitdem wir bei den Dragons blieben. Mein Ziel für dieses Season ist, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, mit der Zeit, die wir haben, und mit den Menschen, die wir haben, das beste Ergebnis für die Daniel Dragons herauszuholen, das wir mit unserer Macht herausholen können. Ich glaube, wir sind eine sehr ausgeglichene Unit. Also wir haben sowohl Spaßvögel als auch sehr ruhige Personen dabei. Ich glaube, das gibt unserer Unit gerade eine gute Balance. Wir sind wahrscheinlich die kleinsten Unit am Feld, aber wir machen es durch Athletik, durch Hirnschmalz und einfach durch unser Herz weg. Die Daniel Dragons sind eine zweite Familie für mich und einen Lifestyle, den ich sehr gerne lebe eigentlich. Die Daniel Dragons sind Football in der Donaustadt und wir zweiter Familie, da muss ich recht geben. Für mich ist es sowas wie ein Zufluchtsort. Ich wurde noch nie zuvor in einer Gruppe so schnell und herzlich vor allem aufgenommen wie bei den Dragons. Eine Familie, die mir in dem Sinn noch nie bekannt war, hat mich schneller aufgenommen als zum Beispiel meinen eigenen Klassenkameraden. und ich verließe mit der Familie. Untertitelung des ZDF, 2020